Hallo Leute, ich bin am Weg zu einem neuen kulinarischen Highlight im Grazer Gastro-Winne. El Pescador, das maritime Pendant zum El Gaucho, wie es der Falstaff liebevoll nennt. Wir sind jetzt mitten im Geschehen und vor mir eine wunderbare Bouillabaisse. Wie schmeckt diese Bouillabaisse? Ambo, super! Pasta Maritim Wir haben unsere Gemeinde. Wie unerzählt. Ein Nobelisma! Ich muss sagen, im Graz hat sowas gefehlt und jetzt sind wir stolz, als wir gerade sowas haben. Ja, hervorragend. Also meine erste Eilung, ich kenne dieses Lokal ja schon seit längerem. Aber es ist wahnsinnig gemütlich. Es kommt so eine richtige Urlaubsstimmung auf. Und ich muss ehrlich sagen, die Fischsuppe ist wirklich wertvoll. Und wenn ihr unterwegs seid, dass ihr investiert, auch in Zeiten, wo andere sich das nicht trauen. Und ich freue mich einfach, dass ihr im Rathausgebiet dabei seid. Und ich werde nächste Woche mit dem Verkehrsstadtrat auch verhandeln, dass wir möglichst bald auch diesen Teil der Landhausgasse und der Schmidgasse zur Fußgängerzone machen. Dann wird es wieder eine echte Qualität und etwas Tolles geben, dass möglichst viele Menschen kommen. Alles Gute bei euch und viele Kunden. Aber ich glaube, ich brauche euch gar nicht wünschen, dass ihr da glaubst viele Fans und viele Freunde. Also ganz ehrlich, ich kann das nur empfehlen. Allererste Sahne!